Wir sollten unser Ziel im Auge behalten. Denkst du etwa, dass der sich bremsen lässt? Für mich war die Arbeit das Wichtigste und jetzt habe ich den Anschluss verpasst. Dich hat man gekränkt und du wärst fast ausgestiegen. Schluss damit, Brad! Wir sollten denken wie er und handeln wie er. Einer von uns muss besser sein als dieser miese Knochen. Ja. Ja! Das solltest du auch bei Ellie beherzigen. Ich bin noch nicht so weit. Tauscht die Telefonnummern, falls einer von euch diesen Sommer eine seltene Vogelart sichtet. Ich sag doch, ich bin noch nicht so weit. Aber die Idee ist echt ganz gut. Ah! Danke! Mach's gut, Stu!